Und ich bin jetzt auch wieder dabei, oder sind dies für Loser? Mensch, bist du langsam. Ähm, was ist los mit mir? Passt du dich, ne? Ich will dir einfach ein Hemdchen nehmen. Haben wir uns jetzt gegenseitig gekillt? Wir weißen es nicht. Wir weißen es nicht. Ich habe gerade 23 FPS, fällt dir so eine Scheiße natürlich total aus. Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind es wieder 40, 50. Willst du irgendwie ein anderes Spiel? Hä? Okay, ich habe Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Da war die Musik kurz zu Ende. Oh, ich habe keine Musik an. Ja, nee, egal. Okay, dann lege ich einfach 8-Bit-Musik runter. Du hast das Spiel gar nicht die Musik an? Nee, weil ich verhört habe. Ja, egal. Oh, Junge. Der nächste Teil kommt doch mit Musik. Das ist echt schon reiche. Geile Musik an sich. Das ist echt super. Das ist echt super. Was hier abgeht? Junge. Mega Spaß, Alter. Nö, ich lebe noch. Alter, ich sehe gar nicht, wo ich bin. Was ist los? Alter. Was passiert? Mach mal ruhig jetzt. Nö. Wie das Plan ist, so müssen wir auch reden. Mach mal laut jetzt. Okay. Das ist so geil. Was? Bin ich jetzt echt gestorben? Da oben ist der Teufel, wir bringen ihn um. Gegenschmerzen. Ne. Ja. Diese Action. Mega geil. Jetzt ist der rein. Du drückst ihn dir aufs hier. Sag das doch, Alba, ja? Boah, hast du das gesehen? Was sind wir? Haben wir gerade einen Cut gemacht? Ne, aber nicht, ne? Wow. Ne, ich hab keinen... Was für einen Cut? Hä? Was für einen Cut? Ne, irgendwie hab ich den Anfang nicht gecheckt. Wow. Wow. Guck dir das mal an. Guck mal. Weißt du, wer ich bin? Äh, Batman. Ne. Ja, natürlich. Indianaa, tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö-tschö! Ja, ja. Richtiger Loser, ohne Witz. Mit T kannst du jetzt, wenn du nach oben drückst, so dich seilen. Böse Rand, okay. Also dich an der Wand seilen. Also dich an der Wand seilen. Also, ja genau, ach so. Hä? Oh. Ja, Freunde, das ist effizient. Immer mit. Ja, du kannst die Raketen aufhalten mit deiner Peitsche, das weißt du, ne? Was? Wieso bist du jetzt tot? Der ist scheiße, ich wünsche mir nur das Spick. Ja, mein Bildschirm geht jetzt aus. Das ist die geile Aktion. Wenn das passiert, was ist immer passiert? Profi? Haben sie, ja? Also für euch seht jetzt nichts, seitdem du jetzt die ganze Zeit hättest und du stehst, ist der behindert. Aber ich hab schwarzes Bild, okay. Achja. Und Neo, du hattest im ungespielten Video gezeigt. Oh, 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 oh. Ja, ich wurde gezeigt. Ja, ich hab geweint. Also, meine Mutter hat geweint. Aber ich hab nie was erreicht. Ja, du warst immerhin stolz drauf, ja? War ich auch, Alter. Das ist doch voll die Leistung. Jetzt kann ich sterben. Jetzt hab ich alles gemacht. Heute. Bist du tot? Nein. Ich hab den Bombenschwamm überlebt. Nein. Ich hab den Bombenschwamm überlebt. Nein. Dann können wir natürlich. Bitteschön, Rambo. Wir müssen unten auf das Dienst gucken. Wenn wir schießen, lächeln wir so. Da. Alter, ich bin tot. Oder? Ja. Nicht runterfallen. Und Epsilon. Die konntest du nicht leben? Ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie... Irgendwie nicht. Und Epsilon. Och, die lagische Monster-S予het. Alter, die ... Jetzt bin ich jetzt tot, ja? Läuft mal nach wenig. Junge, da war ein Kopfschuss. Was hat das passiert? Die sind so gut. Die sind voll scheiße. Ich bin für Eidiyana und Eidiyana Jones! Jetzt bin ich für Eidiyana Jones. Uhhh, das ist falsch! Das ist eigentlich ein Safe-Ponder oder was ist das hier? WAS? Wie hast du das gesehen? Oh, böses Auto. Oh, bös. Jetzt hör'n mal auf meine fucking... Was meine Raketen ist, die alle. Ich bin tot. Schon wieder. Litt nochmal Y jetzt! Oh Gott. Here comes the man in black. Wetter Gatling! Wetter Gatling! Okay, okay, okay. Hast du das gesehen? Der schreit weggelaufen. Der hat doch Angst vor mir. Auf die Presse. Fick dich jetzt. Fick dich jetzt. Okay. Ja, endlich. Das ist das richtige. Das ist das beste Spiel der Welt. Das ist richtig cool. Aber ich muss der Neo erst lieber reden damit, dass wir spielen. Ja, und wir danken Gott dafür, dass ich der König bin. Oh Mensch, da habe ich auf dem Handy geschickt. Wer bin ich denn? Ach, ich bin Megaman. Wer ist denn das? Hä? Byclops von... Wer ist das? Das geht hier nicht. Ne, du bist ein Robocock. Robocock. No. Was? Was? Du bist bei mir über den Schuss drüber gesprungen. Ah. Ich bin gewonnen. Das ist so schlecht. Das ist so geil. Also immer bei den USA fahren. Wir sind dann selten vor. Ich bin dann immer bei den USA fahren. Ach so. Ich werde das immer bei den USA fahren. Das ist so schlimm. Was ist das? Das ist so schlimm, das ist der Thrullzone. Na, tot? Ne. Ja, Mensch. Finde ich wohl. Sturm. Der Beste, Around, mit einem HD-Jeder-Hadu, ja. Ja, zerstör die ganze Welt. Okay. Ein Problem für Captain. Achso, dass du das auslöst. Wenn du es auslöst, dann musst du auch... Oho! Achso. Hallo! Oh shit! Achtung! Rechts ist ne Fahne, lauf nach rechts! Hä? Okay. Das ist ne W-Lan. War ja das Fahne, also die kann man schon von 10 Meter Entfernung nissen. Kein Ding. Ja. Wer ist das hier? Achso, diese Kamikaze da oben. Kamikaze, lauf mal da links zu der Antenne, dann müsst ihr wieder spawnen. Vielleicht. Achtung! Ja. Bin ich jetzt oben? Ja. Oh shit! Ey, ich hab noch gedacht, oh cool, er sieht's ja. Ja. Oh nein! Jetzt ist die ganze Welt demagisch bei dir. Ja alle. Was ist in meinem Kopf halt eigentlich? Manchmal frage ich mich echt, was mein Problem ist. Mhm. Kletter die scheiß Leiter jetzt da oben, Mann. Oh ja! Kein Ding. Nein, ich! Komm. Das ist Nicker-Pudel. Okay. 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 Wo bist du hin? Hier. War alles so geplant. Botgun in die Fresse. Oh. Junge Gettlings. Ja, die sind eng. Robocop! Robocop. Ich hab ein Brett vom Kopf. Nene, 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 nene! Warte, warte, warte! Hör mich jetzt? Wie kennst du mich? Ich auch nicht, das glaub ich... Ich bin nicht ein Megaman weil ich glaube ich schon bezweig. Alter! Ich sterbe jetzt bloß nicht! Lauf lieber nach unten, da kannst du mich nochmal befreien! Nein. Ja wo Plus Eins ist. Sterb ich nicht, aber da unten ist nämlich ne Ankäste, die mich auch... Da bin ich, da rechts. Hä? Wer bin ich denn? Ey, cool, du bist. Keine Ahnung. Alter. Das ist so eine Double-Pup-Gun. Die mehr als Double-Schuss. Oh. Hä? Wow, das bin ich gar nicht. Here comes the black and black. Okay, jetzt hab ich nur erworben. Wie ich so eine Scheiße einsetze. Sehr gut. Das wird heftig. Hä? Wie die Dumme, die? Huh? Ich kann so ein chupon-spam. Und dann... T-Stammer, halt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ach, ach, ach. Der, 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 der. Warte mal. Man sieht bei mir nur das Blutspritzen. Ich sehe nur das Blutspritzen. Ich sehe dich gar nicht. Ich muss noch hin und herlaufen, dass ich sterbe. Da rein. Mein Sam bekommt ganz oben bei mir den Blut. Das war nicht nur das Schöne, 10 Minuten, Alter. Echt jetzt? Ja. Willst du den Blut filmen? Du kannst schon wieder eine Pause machen, ja. Ja, dann sag Bescheid. Ja, dann sag ich Bescheid. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Like und Abonnenten. ! I'll see you in the next one. Untertitelung des ZDF, 2020